Siehe, ich werde meinen Engel senden, der den Weg von mir bereiten soll. Bald wird der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel kommen. Der Engel des Bundes, den ihr begehrt, er kommt. Spricht der Herz immer! Doch wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Lauge eines Wäscher. Er wird sich setzen und das Silber reinigen. Er wird die Nachkommen lebensreinigen und sie läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer in Gerechtigkeit darbringen. Und die Opfergaben Judas und Jerusalems werden dem Herrn wieder wohlgefällig sein, wie es in früheren Zeiten und längst vergangenen Jahren der Fall war. Ich werde zu euch kommen und euch richten. Ich werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehrebrecher, mein Eidigen und gegen jene, die den Tagelöhnern witwen und weisen. Unrecht tun und die Fremden unterdrücken. Und die mich nicht fürchten, spricht der Herr Zeberhaut. Denn ich bin der Herr und verändere mich nicht. Und ihr Nachkommen Jakobs sollt nicht untergehen. Ihr seid seit den Tagen eurer Vorfahren von meinen Geboten abgewichen. Und habt sie nicht behalten, kehrt und zu mir. So will ich mich auch traurig kehren, spricht der Herr Zeberhaut. Doch ihr fragt, wie sollen wir umkehren? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, so wie ihr mich betrügt? Und doch fragt ihr, womit betrügen wir dich? Im Zehnten und bei den Opfergaben. Deshalb seid ihr verflucht, weil ihr mich betrügt. Ihr alle bringt den Zehnten vollständig in mein Vorratshaus, damit in meinem Hause Nahrung sei. Und prüft mich doch darin. Spricht der Herr Zeberhaut. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und Sehnen im Überfluss herabschütten werde. Ich werde für euch den Schädling zurechtweisen, damit er euch die Frucht auf dem Feld nicht verdirbt und der Weinstock auf eurem Hacker nicht unfruchtbar bleibt. Spricht der Herr Zeberhaut. Alle Völker werden euch seelisch preisen, denn ihr werdet ein Land sein, das Freude bereitet. Spricht der Herr Zeberhaut. Ihr habt hart gegen mich gesprochen. Sagt der Herr, was ihr fragt, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist vergeblich, Gott zu dienen. Was nützt es, seine Gebote zu halten und ein hartes Leben vor dem Herrn Zeberhaut zu führen? Darum preisen wir die Überheblichen, denn die Gottlosen gedeihen. Sie versuchen Gott und dennoch bleibt alles gut für sie. Aber die Gottesfürchtigen sprechen untereinander. Der Herr achtet darauf und hört es und vor ihm wird ein Gedenkbuch geschrieben für diejenigen, die den Herrn fürchten und an seinen Namen denken. Sie werden... Spricht der Herr Zeberhaut. An dem Tag, den ich bereiten werde, ein besonderes Eigentum sein. Und ich werde sie verschonen. Wer ein Mann seinem Sohn verschont, dem dient, dann werdet ihr wieder den Unterschied erkennen, was der Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. zwischen dem, der Gott dient, dem, dem nicht dient. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!